So, hey Leute, ich bin es, Mr. Suwepay. Willkommen zurück zu Let's Play. Counter-Strike Global Offensive, oder Offensive, ah, die kamen mit diesem Namen nicht klar. Wir machen mit der Bank weiter. Und jetzt probiere ich mich mal am Anfang, einfache Bots, wie immer. Jetzt probiere ich einfach mal am Anfang in den Shop zu gehen, ich, mal schauen. Nicht, dass ja auch Leute noch in die Kommentare schreiben, ich wäre da nicht drin oder so, bla bla. Nee, ich versuche das jetzt mal zu machen und ja, genau. Mal schauen, was dabei rumkommt. Und rauskommt. Und adkommt. So, so, jetzt. Achso, ich bin zu schnell. Ha, Antiterror-Einheit. So, warum ihre Kaufzeit ist abgelaufen? Mit dem Multiplayer kann man jetzt kaufen und drücken, was soll ich? Oh, war so einer von uns. Oh, weia, oh, weia. Ey, alter, es geht ja wieder schön los hier. Boah, ich hab danach auch keine Lust mehr. Ich mach noch die eine Runde und dann reicht's mir. So, ich hab dich gemessert. Oh, diese hässlichen Scharfsschützen. Ey, wie is hier hasst du? So, weg mit dir. Spinner. Oh, mach den Stunt, wenn du stirbst. Scheiße, ey, die sind zu gut heute. Ah, ich bin noch recht schlecht in den Handschuttern. Ach, komm, geh hoch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich associiere. Hey, 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 hey. Komm ich von oben wie die Spille, du GerüGE. Was war das? Na, schön, ich darf اليben so. Jetzt hab ich endlich mal einen Scharfsschützengewehr, jetzt kämp' ich wahrscheinlich nicht mehr. weil ich heute bin naja nicht wirklich nehmt das immer mit oben vor, was ich so sage glaube ich nicht doch ich treffe mich nach 5000 Mal anziehen oh oh und die Schulter du Wichser also hau ihn weg ich helfe dir kurz oh oh fuck ich will die Doppelknarre haben naja alter warum nur noch 8 Leben ey was ist denn der Scheiß hier alter ich bin früchter gewesen hey ça cacke so E juice tritt ich möchte es ja jetzt endlich auf concern da kommen werde ich noch mal verdammt ein auch kann sich nicht mehr 3 4 tot bin ich trotzdem wieder liegt mich da ist halt nichts mehr dazu ich bin so ich bin froh wenn die Runde gleich vorbei ist ich brauche eine Karte Strike Pause ich bin nicht gut in Shootern Leute Shooter ist nicht mein Spezialgebiet ich werde sie mal kurz vorzocken aber ne 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 Shooter ist nicht meins in meins ist es nicht meins Nein ich zoome mich hier noch ran ja genau man leck mich doch am Arsch ey fickt ich doch saubere Arbeit Teamkollegen das ist ein eigenes Bein mir wehgetan weil ich sauer war so dröger und sich so am Tisch stößt na tja was ist denn da ist ich will die Leiter hochgehen verpackte Scheiße so da ich wollte nicht so weit na ich bin ja so braunig ich ich hoffe jetzt kommt keiner von hinten so gekillt wie gesagt ich bin übrigens Onkel Tom wer es noch nicht mitbekommen hat das müssen ja eigentlich alle wissen wer ich bin hier so cool cooler Neuwerraum uuuh lecke Dostock ih 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 st akut an der kollegen hätte ich sonst um gekümmert kunden hier der zweite läuft jemand hätte das verdammt nochmal wo läuft er da richtig gesehen nochmals ins rücken neid ich bin kann er nicht alles mögen so dass es uns nicht so mein ding ist er so können wir jetzt schon drin stehen bleiben in der nächsten neidern die gesellschaft schießt doch mal schneller online hatte mich hergekriegt perfekt zur perfekte Waffe ha ha ich gekillt h warum habe ich nur noch 10 Leben alter ey diese Knarren die anderen hier haben sind zu krank das wird nichts ums so wird schon eher was Messer in die Fresse Messer in die Fresse verdammte Kacke wo ziehst du hin Kollege ich steh in dir drin ne Ahnung bist du verpeit der Junge Schemper durch die durchs Fenster durch nicht so muss es sein so muss es sein ok schön wenn sich das Spiel aufhängt und man schon wieder fast tot ist das war gar nicht ein Spielhänger Mann ist ruckig es auf 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 okay eine kleine Bewehr und ich bin sowieso weg komm her das Tor steht für dich offen zum Tod wo bist du denn jetzt ho ho nap Na gut na gut na gut scharfschützengewehr fand ich cool es kommt locker locker lässt sich propässig du sch death St das Messer Barmen Hörbissen tot Messer ich liebe es zu messen Juhu, das war's dann, Leute. Ich beende jetzt hier die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal, macht das gut und bis zum nächsten Mal. Also dann, haut rein, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich muss das mal jetzt hier beenden, mir reicht's. Ich bin der Herr weiter. Also, macht das gut und tschüss.